Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Heute geht es um Radius, beziehungsweise Free Radius, um ein paar Grundlagen dazu. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, wie man ja ein Free Radius mit Free IPA verbindet, aber habe diese ganzen Grundlagen, wie das alles funktioniert, die einzelnen Komponenten zusammenspielt, einfach mal weggelassen. Das hole ich jetzt quasi nach. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freier Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulung an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian und Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux Open Source Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eure individuellen Schulungen gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Fragt da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistungen von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt. So, jetzt geht es aber auch wirklich mit dem eigentlichen Thema los. Ja, dieses ganze Gebilde aus verschiedenen Radius-Komponenten ist so ein bisschen verwirrend, wenn man das jetzt sich zum ersten Mal anguckt, wie das alles zusammenspielt. Und die Begriffe finde ich jetzt nun auch nicht so super toll gewählt, dass sie mir auf den ersten Blick was sagen würden. Fangen wir mal von oben an. Also wir haben so ein Supplicant. Das ist letztendlich ein Endgerät. Das kann Laptop sein, Tablet, ein PC, irgendein Gerät, was über Netzwerk, was ein WLAN sein kann oder ein ganz normales kabelgebundenes LAN sein kann, zugreifen möchte. Dann haben wir als nächsten Punkt hier diesen Authenticator oder Authenticator, wie auch immer. Ein Gerät, was den physikalischen Zugriff auf das Netzwerk gewährt. Das kann ein Switch sein, der einfach einen Port freigibt, so einen richtigen Netzwerkport, wo ein Kabel drin steckt. Oder eben auch ein Access Point, der ja Zugangsdaten mit einem Endgerät austauscht, also quasi WPA, aber nicht WPA direkt, sondern über Radius und verschiedene andere Dinge das austauscht. Das ist nicht ganz so trivial. Darum geht es ja allerdings auch. Und das Ganze wird eben auch NAS genannt, nicht Network Attached Storage. Die haben leider dasselbe Akronym. Hier ist es ein Network Access Server. Ja, das ist ein Switch oder ein Access Point. Habt ihr vielleicht noch nicht gewusst? Wusste ich vorher auch nicht, dass man das dazu in diesem Umfeld auch sagen kann. Ist aber so. Dann haben wir als weitere Komponente noch diesen Authentication Server. Das ist letztendlich das, wo Radius drauf läuft, die Radius Software. Das kann ja eine virtuelle Maschine sein. Das kann ein eigener Server sein. Dann halt irgendeine Maschine, wo diese Software drauf läuft. Und dann gibt es vielleicht noch als weiteren Punkt einen FreeIPA oder einen LDAP Server, wo wirklich diese Zugangsdaten verwaltet und gespeichert werden. Prinzipiell kann so ein Radius Server diese Benutzerauthentifizierung, diese Zugangsdaten auch intern speichern. Kann, muss aber nicht. Damit haben wir erstmal grundlegend diese einzelnen Komponenten, die dazugehören, geklärt. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal von Protokollsicht aus an. Dieses Protokoll 802.1x tut eigentlich was, was erstmal ein bisschen komisch klingt. Also das Endgerät, unser Supplicant, soll auf einen Access Point zum Beispiel zugreifen, hat aber noch keine Zugangsdaten, also nicht für WPA gekriegt oder eben auch keine IP-Adresse über DHCP zugewiesen bekommen. Muss aber dennoch irgendwie kommunizieren können. Und dafür ist eben dieses Protokoll da, was eben eine Verbindung erlaubt, die dafür da ist, dass der Client, also dieses Endgerät, mit dem Access Point oder dem Switch schon mal reden kann, bevor da überhaupt diese TCP-IP-Informationen ausgetauscht wurden. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Dann haben wir als nächstes das Radius-Protokoll. Das Radius-Protokoll verbindet jetzt wiederum den Access Point oder den Switch mit dem Radius-Server. Und das wird wiederum benötigt, bevor eigentlich dieser Supplicant eine richtige Verbindung ins Netzwerk hat. Da fließen jetzt auch wieder Informationen hin und her, überwiegend halt diese Authentifizierungsinformationen, ob vielleicht Benutzer und Passwort richtig sind oder ob auch ein Client-Zertifikat gültig ist. Das fließt an diesen grünen Pfeilen hin und her. Also ich habe das da auch mal ein bisschen gekennzeichnet. Also die grünen Pfeile, das ist für die Radius-Kommunikation. Und was wir vorher hatten, sind die roten Pfeile mit dem 802.1x-Protokoll. Als nächstes Protokoll haben wir das EAP-Protokoll. Das verhandelt zwischen dem Supplicant, also dem Endgerät, das ja bloß mit dem Access Point oder dem Switch reden kann, und dem Free-Radio-Server, wo es keine direkte Verbindung gibt. Es gibt ja noch keine IP-Adresse, sodass die halt direkt miteinander reden können, sondern das Endgerät redet immer bloß mit dem Access Point oder dem Switch. Und dieses EAP-Protokoll, das sorgt eben, dass die Informationen von dem Endgerät eingesammelt werden, also zum Beispiel Benutzername und Passwort oder das Client-Zertifikat. Dann nimmt der Authenticator diese Informationen, bastelt die ein bisschen um in das Radius-Protokoll und schickt das an den Radius-Server weiter. Und dieses Umbasteln von einem Protokoll in das andere mit diesen ganzen Authentifizierungsprotokollen und ja, das ist eben dieses EAP, das ist so ein Wandlungsprotokoll von dem einen zum anderen, also von dem 802.1x zu dem Radius-Protokoll. Weil der Radius-Server das eine nicht versteht und das Endgerät versteht das Radius-Protokoll nicht, beziehungsweise kann überhaupt nicht mit dem Radius-Server reden. Ja, und dann als weiteren Punkt haben wir noch das LDAP- oder Kerberos-Protokoll, womit der Radius-Server, also unser Free-Radius, externe Benutzerdaten abgleichen kann, die zum Beispiel auf einem Free-IPA auf einem LDAP- oder Kerberos-Server liegen. Und die kommunizieren halt direkt. Wir haben ihre IP-Verbindungen ausgehandelt, also die können direkt miteinander reden. Das ist eben Verbindung 4 in Orange. So, gucken wir uns jetzt nochmal den kompletten Verbindungsaufbau an. Der geschieht in ungefähr 6 Schritten, das ist zwar so ein bisschen vereinfacht, aber damit ihr ungefähr grob wisst, wie das so ungefähr funktioniert. Also das Endgerät baut über dieses 802.1x-Protokoll eine Verbindung zu dem Access-Point oder dem Switch auf, bevor es eben eine IP-Adresse gibt. Dann redet der Access-Point oder der Switch mit dem Free-Radius-Server, baut dazu eine verschlüsselte, TLS verschlüsselt normalerweise Verbindung auf und gibt diese Zugangsinformationen weiter, damit der Free-Radius-Server überprüfen kann, ob die überhaupt gültig sind. Es findet näher eine direkte Kommunikation zwischen dem Endgerät und dem Free-Radius-Server statt. Ja, wie gesagt, keine IP-Adresse, geht nicht direkt, sondern über so ein bisschen Schwarzmagie. Dann wird so ein ERP-Tunnel aufgebaut, der mit TLS gesichert ist und wo jetzt diese, ja, Authentifizierungsinformationen mit einem der vielen, vielen Möglichkeiten hin und her fließen. Da gibt es wirklich verschiedene Methoden, um das zu machen und dann gibt es im vierten Schritt da noch einen weiteren Verschlüsselungstunnel da drin, in dem jetzt diese Zugangsdaten, ja, entweder direkt unverschlüsselt übertragen werden, mit MD5 als Checksumme, wo denn so hin und her überprüft wird, ob das funktioniert. Ja, ein Challenge-Response-System ist das oder das kann mit verschiedenen Methoden verschlüsselt werden auf dem Weg dazwischen. Also außenrum befindet sich so ein TLS-Tunnel, der aufgebaut wird und da drin werden nochmal verschlüsselt diese Zugangsdaten hin und her geschickt. Und bei den verschiedenen Methoden, Verfahren gibt es ungefähr 40 Stück. Und das Blöde daran ist, euer Endgerät muss diese Methode unterstützen und eben auch der Free-Radio-Server und die müssen sich da irgendwie einig sein, denn sonst funktioniert das Ganze nicht. Als Punkt 5 haben wir dann wiederum den Free-Radio-Server, wenn er jetzt die Benutzerkonten selbst verwaltet, dann kann er sofort abgleichen, ob das mit diesem Passwort, was da angekommen ist, mit den Benutzerdaten zusammenpasst oder ob das Zertifikat für den Client gültig ist. Ansonsten leitet der diese Anfrage auch nochmal über LDAP oder Kerberos an einen externen Server, zum Beispiel mit Free-IPA einfach weiter und kriegt dann von dort das OK, ja, das stimmt oder das stimmt nicht. Wenn jetzt das Ganze funktioniert haben sollte, also die ersten fünf Schritte sind schon abgehakt und die Zugangsdaten sind auch noch korrekt, dann sendet der Free-Radio-Server wiederum eine Freigabe an den Access-Point oder den Switch und je nachdem wird dann dem Endgerät der Zugriff auf das WLAN oder den Netzwerkport gewährt. Beim WLAN wird auch noch ein individueller Schlüssel ausgewürfelt, der von den ERP-Parametern abgeleitet ist. Dieser Schlüssel ist wirklich für dieses eine Endgerät, also für euer Tablet, für euren Laptop oder sonst was gedacht und ist eben auch bloß für diese Verbindung im Moment gültig. Ja, das ist alles relativ kompliziert und ja, das ist auch nicht ganz trivial einzurichten. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, wie man das Ganze mit Free-Radio und Free-IPA macht, damit die Zugangsdaten von A nach B fließen können. Und da habe ich auch so ein kleines Beispiel gemacht, wie man mit Free-Radio so eine Benutzer-Authentifizierung einfach mal testen kann. Ja, das waren jetzt relativ viele Informationen auf MAL. Müsst ihr vielleicht noch ein paar Mal gucken, das Video und auch die Artikel bei Wikipedia vielleicht mal lesen, die ich da unter den einzelnen Protokollen verlinkt habe. Guckt da einfach mal vorbei. Ihr könnt das Video auch innerhalb der Geschwindigkeit angucken oder mal vor- und zurückspulen. Denn vieles davon ist wirklich, ja, also ich finde es jetzt nicht unbedingt naheliegend, vor allem diese Methode, um Systeme Daten austauschen zu lassen, bevor es überhaupt eine richtige Netzwerkverbindung gibt. Das, ja, widerspricht irgendwie so so ein bisschen dem, was ich so gelernt habe und was ich intuitiv auch irgendwie richtig finde. Aber das funktioniert so, wie es funktioniert. Genau, ansonsten viel Spaß beim, ja, vielleicht selbst mal ausprobieren. Das Ganze mal nachstellen, ein bisschen mit rumspielen oder eben auch nicht. Ansonsten, ja, Glocke drücken, abonnieren und bis dann. Das Ganze mal nachstellen, ja, vielleicht selbst mal nachdenklichen. Das Ganze mal nachdenklichen. Das Ganze mal nachdenklichen. Untertitelung des ZDF, 2020